heftiger beitragsanstieg 2025 beim zusatzbeitrag krankenkasse erwartet mein name ist peter knöppel ich bin rechtsanwalt und rentenberater von rentenbescheid 24d meine damen und herren die beitragssteigerungs orgie in deutschland hört nicht auf wir haben ja 2024 schon einen anstieg des krankenkassen zusatzbeitrages und auch 2023 des pflegebeitrags erleben dürfen und der ganze spaß hört auch 2025 nicht auf meine damen und herren ich zeige ihnen das mal und zwar gibt es da einen beitrag aus dem handelsblatt form ich muss mal schauen vom 15 4 2024 und dort erwarten die krankenkassen den bisher höchsten anstieg der zusatzbeiträge deutschland hat ja jetzt schon die höchsten sozialabgaben und die krankenkassen die kassenverbände warnen nach den jüngsten berechnungen vor einer weiteren kostenlawine hier ist unser gesundheitsminister der herr lauterbach und nach den internen berechnungen des dachverbandes der betriebskrankenkassen bkk dürfte sich der zusatzbeitrag von aktuell 2004 bundeseinheitlich 1,7 prozent dann mindestens auf 2,45 prozent erhöhen das heißt also das ist ein bundeseinheitlicher zusatzbeitrag auf 2,45 prozent heißt aber auch gleichzeitig das kassenindividuell es dort erhebliche abweichungen geben kann das sind die neuesten erschreckenden zahlen im hinblick auf die kostensteigerung die natürlich demografie und auch technik bedingt sind meine damen und herren der normale beitragssatz von 14,6 prozent wird wahrscheinlich nicht steigen aber da möchte ich auch meine hand nicht ins feuer dafür legen dass das nicht möglicherweise auch dort noch passieren könnte deutschland hat aktuell 40,9 prozent abgabenlast für renten kranken pflege und arbeitslosenversicherung meine damen und herren das sind die neuesten zahlen und was bedeutet das letzten endes dann für rentnerinnen und rentner natürlich werden dann auch die monatsrenten die netto auszahlbeträge nach unten gehen wenn es dann im april oder im märz 2025 dann auch dort die entsprechenden änderungen geben wird das heißt also wir haben zum 1.7 2024 eine rentenerhöhung ja und gleichzeitig werden wir dann eine netto rentensenkung haben wenn es zur erhöhung des krankenkassen zusatzbeitrages kommen sollte meine damen und herren ich hätte da vielleicht eine kleine idee wie wir das problem zumindest mittelfristig erstmal lösen können beenden wir doch einfach die drei geteilte krankenversicherung in deutschland die wir haben wir haben ja eine gesetzliche krankenversicherung wir haben eine gesetzlich private krankenversicherung und wir haben das wissen die meisten von ihnen nicht eine dritte krankenversicherung nämlich die beihilfe die kostenfreie also die kostenfreie beihilfe für beamte aus aus die ja sozusagen aus dem steuergeld von uns allen bezahlt wird aber von der habe ich ja persönlich überhaupt nichts das heißt also wir leisten uns in deutschland drei krankenversicherungssysteme und damit können wir ja letzten endes auch mal aufhören mit diesem blödsinn also eine krankenkasse als bürgerversicherung für alle das wäre doch mal was dann hätten wir möglicherweise nicht so viele kostenprobleme und beitragssteigerungsprobleme näheres zu diesem thema finden sie wie immer auf rentenbescheid24.de ich wünsche ihnen eine wunderbare super starke rentenstarke woche ihr rechtsanwalt und rentenberater peter knöppel